Hallo Leute, es geht weiter mit Dead Space. So, gehen wir mal hier durch, wo wir stehen geblieben sind. Okay. Alter, ich höre doch schon wieder irgendeine Scheiße. Die Lichteffekte sind echt geil, muss ich sagen. Warte mal, kann man ins... Ne, kann man nicht... Das Menü kann man nicht aufrufen. Ich wollte gerade mal meine Stase auffüllen, aber das geht nicht. Öh, was ist los? Okay. Alles klar, erstmal die Sachen hier wieder einsammeln. Scheiße, wollte ich doch gar nicht nachladen. Egal. Mist. Geben wir mal weiter. Okay, aber jetzt kann ich doch... Hab ich überhaupt schon so neue? Ach ja. Schema. Schema, Strahlenmunition. Okay. Okay. Wo bin ich hier überhaupt? Oh nee, die Kiste kann das doch kloppen. Scheiße, Mann. Gib her die Credits. Das ist alles meiiins. Meiiins. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Zum ersten Mal die Lorca. Oh oh. Gleich zwei Stück. Komm, stopp. Alter, was hält der aus? Kann man den erst besiegen, wenn er seine Fühle ausgefahren hat, oder was? Okay. Okay. Alles klar, hier, der liegt nix mehr... Oh. Boom. Kopf weg. Arm weg. Arm weg. Arm weg. Jetzt aber. Stase-Pick. Das war's doch bestimmt noch nicht. Hier kommt bestimmt noch irgendeine Scheiße gleich. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen! Sind wir hier immer nur in diesem... ... in diesem Sekten-Scheiß. Ah, okay. Alles klar. Die Stelle kenn ich wieder von der Demo. Deswegen... Ob das die richtige Waffe ist? Ich wechsle die mal schnell. Nein, wechsle sie! Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir's geschafft. Guckt euch das riesen Vieh an, ey. Mistviecher, ey. Ich glaub hinter mir kommen die gleich auch. Komm. Stopp. Ich leide gerade an Munitionsmangel, glaub ich. Ja. War's das? Oh Gott, ich hab kaum Munition. Ich hör doch schon wieder was. Wo bist du? Wo bist du? Warum machst du so eine Scheiße? Okay, Leute. Erstmal Munition aufstocken. Das ist auf jeden Fall das erste Ding erstmal. Babys klatschen. Nee, das ist nicht so doll. Nee, das ist nicht doll. Nee, das ist nicht doll. Nee, aber das sind Zombie-Kinder. Das sind irgendwelche Zombie-verfluchten Viecher. Ist auch solche... Ja, solche Monster sind schon echt hart an der Grenze, find ich. Okay, ich glaub hier unten war's das alles. Kann ich hier am Altar irgendwas machen? Nee. Hab ich alle ausgequetscht? Das? Das? Das hier? Bin ich hier unten lang gegangen? Nee. Nicht, dass hier irgendwas ist noch. Nee. Alles klar, okay. Dann können wir hochgehen, Leute. Machen wir das auch. Und sagen's nicht nur so. Dann tun wir's. Tun wir's. Tun wir's. Tun wir's. Komm. Hinter mir. Nee, vor mir. Hinter mir. Neben mir. Hinter mir. Das macht der geile Surround-Sound. Also ich hab kein Surround-Sound, aber ich hör das trotzdem. Auf meinem Fernseher. Boah, was ist das? Wir sind eingefahren, oder was? Alter, guckt euch das an, wie das weg ätzt an uns. Ihr Scheißpferd. Ihr Scheißpferd. Alles klar. Ey, jaulten da! Hört ihr das? Hä, wer ist das? Was? 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 Wo? Ah, da. Alles klar. Nee, nee. So einfach. So einfach kriegt man mich auch nicht down. Das hat man jetzt schon öfters gesehen hier, wie ich krass spielen kann. Wer das auch findet, dass ich krass spiele, bitte Daumen hoch. Nee, lass das, Leute. Das ist Schwachsinn. Kann ich das abschießen? Nein, kann ich nicht. Warum? Warum? Warum kann ich das nicht abschießen? Kann ich das abschießen? Nein, erst recht nicht. Das ist ja überhaupt nicht realistisch. Was ist das? Okay. Wer war das jetzt? Wahrscheinlich wieder Halluzinationen von seiner Frau, oder? Mein Gott, ich habe mal ein schwieriges Wort beim ersten Mal aussprechen können. Geil. Aber dafür, Daumen hoch, Leute, wirklich. Nee, 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 nee. Du wartest am Shuttle, okay. Die Schlampe sagt uns, oh, ich warte hier, komm mal da hin. Wir sind zu blöde und gehen da hin. Dann sagt sie, ja, nee. Oh. Du Scheißding, du elendes Scheißding. Oh, Mann, ey. Boah, guck dich das an hier. Sieht das genial aus. Boah, und die Lichteffekte und dies und das und Wahnsinn. Mein Gott. Ist das denn zu fassen? Und das alles in einem Spiel. Wahnsinn, Leute. Was ist das? Ein Energieknoten. Was ist das? Ein Schema. Detonatorgewehr. Ja, was das ist und vieles andere erfahrt ihr in der nächsten Folge von Akte X. Äh, Quatsch, äh, Dead Space 2. Seid dabei, Leute. Ich habe extra für euch nochmal gereimt am Ende und hoffe, dass ihr einschaltet. Ansonsten weiß ich nicht, mir fehlt kein Reim ein. Ich beende Ihnen lieber die Folge, sonst endet das nie hier. Tschüss. Tschüss.